Hallo ihr Lieben, ich habe hier eine schnelle Kartenidee für euch mit einer Ornamentstanze. Dabei habe ich gleichzeitig noch herausgefunden, wie man super ganz schnell viele kleine Stanzteile wieder einkleben kann, wenn man das dann möchte. Das sagt man ja zum Beispiel vielleicht bei Hintergrundstanzen. Es gibt ja ganz viele Stanzen, die so kleine Segmente ausstanzen, die man aber vielleicht eben unbedingt gar nicht rausdrücken möchte, sondern aus Gestaltungsgründen lieber da drin haben möchte. Und so sieht meine Stanze aus. Die ist gleichzeitig Türchen 3 von meinem Spellbinders Adventskalender. Ich weiß, ich mache das jetzt hier alles so total Freestyle und gar nicht der Reihe nach, aber es kommt, wie es kommt, würde ich mal sagen. Und ich zeige euch aber auch nochmal eine Actionstanze, mit der ihr das Ganze verwirklichen könnt. Also diese hier, die hat eben so ein Ornament und da könnte man auch noch so eine Randstanze mitmachen. Und Stichwort Randstanze, dazu ist mir dann nämlich was eingefallen. Da habe ich mich hier an diese Stickstanze erinnert, die ja dieses Muster hat und eben auch diesen Rand ausstanzt. Wenn ihr diesen Rand abtrennt, dann müsste der eigentlich auch genau so auf der anderen Seite stanzen. Oder ihr könnt wahrscheinlich auch einfach nur das Papierstanzteil drehen und das dann wieder in diese Löcher einpoppen lassen. Und dann könntet ihr auch ein ähnliches Ergebnis erzielen, so wie ich das heute gemacht habe. Meine Stanz ist ein bisschen kleiner, aber schaut mal in eurem Bestand. Es ließen sich zum Beispiel auch einfach Schablonen verwenden, wenn ihr irgendwie so längliche Schablonen habt oder so. Ich stanze das Ganze jetzt hier aus so einem hellgrauen Cardstock aus und habe mir für den Kartenaufleger so etwas, ja, Petrolfarbiges, sage ich mal. Obwohl das ist hier eigentlich, also hier sieht es so ein bisschen bläulicher aus. In Wirklichkeit ist das leicht grünlicher. Also meins heißt, glaube ich, Salbei. Das ist von Bezel, glaube ich. Den habe ich schon ewig, diesen Cardstock. Dann habe ich mir hier noch so einen orange-kupferfarbigen Akzentkarton rausgesucht für die Schrift. Das zeige ich euch dann nachher. Das ist auch so ein Action-Modell. Da könnt ihr aber auch nehmen, was ihr habt. Und ihr seht, bei dem ersten Teil ist das jetzt alles gleich so stecken geblieben. Das fand ich super. Beim zweiten Teil ist jetzt hier genau nur der Rand rausgekommen. Wenn man das will, ist das ja super. Ich nehme jetzt hier aus diesem Set nachher noch ein Thanks dazu. Ich fand diese zarte Schrift zu diesem zarten, filigranen Muster irgendwie sehr schön. Und das ist eben so ein, ja, das sieht aus wie so glattgestrichenes Alupapier. Und das ist so zwischen Kupfer und Rosé-Gold, würde ich sagen. Irgend so ein Farbton. Also es sieht sonst ein bisschen kupferiger aus. Aber mit meiner Metallic-Aquarellfarbe kam das auch nicht ganz hin irgendwie. Das ist irgend so ein Zwischenton. Den fand ich aber sehr schön, weil der so leicht matt ist. Ich wollte jetzt nicht zu sehr von dem Hintergrund ablenken. So, und ich möchte das jetzt eben einmal komplett aufkleben. Und in dem oberen zeige ich euch nachher eben noch, wie man das reinfüllt. Also hier im Idealfall nimmt man das gleich so aus der Stanzschablone raus. Und da sind noch ein paar Sachen drin. Und ich wollte das genau so in so einem unregelmäßigen Muster haben. Ich fand die Stanze nämlich schon sehr streng geometrisch. Und durch dieses Mal-Einfügen und Mal-Weglassen hat das Ganze irgendwie so etwas Lockeres, nicht ganz so Strenges bekommen. Ihr habt auch gesehen, dass da manchmal Kleber rausgequollen ist. Den habe ich hier mit so einem spitzen Pieker einfach abgenommen. Ich habe hier verwendet Kleber, der matt auftrocknet. Von daher ist es dann nicht ganz so wild. So, und diese Einzelteile, so ich sie denn noch haben möchte, die fülle ich von Hand ein. So, und jetzt kommt hier der Problemkandidat. Ich nehme jetzt hier erstmal mein Grundgerüst und klebe da von hinten, also mache da Kleber drauf. Das wäre sicherlich auch super gewesen, das Ganze wieder mit doppelseitigem Klebeband zu beziehen. Also ich habe das wirklich so husch husch gemacht. Habe ich in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht, wie das dann so ist. Und setze mir das jetzt auf. So, und da seht ihr eben schon, das ist sehr schütter. Also ich möchte da einfach noch mehr Sachen drin haben. Die füllen wir das jetzt einfach ein. Ich habe ja einen kurzen Versuch gemacht, einfach die lose herumliegenden Teilchen einzukleben. Habe mir meinen Kleber direkt aufgegeben, aber habe dann gedacht, so nee, das muss doch irgendwie auch eleganter gehen. Und ja, geht es. Und zwar drückt ihr die verbliebenen Stanzteile nicht aus eurer Stanzform heraus, sondern nehmt euch die Stanzform zur Hand und tragt jetzt den Kleber hier drin auf. Also ihr könnt das auch auf euer Positiv machen, was auf dem Kartenaufleger schon ist. Das wäre auch gut gewesen. Also ich habe jetzt immer abgepeilt, welches Teilchen möchte ich eigentlich noch haben und welches nicht, denn es sollte ja nicht vollflächig werden. Also es ist egal, wo ihr jetzt den Kleber auftragt, ob auf eure Karte oder hier auf die Rückseite. Auf jeden Fall muss eben zum Kleben natürlich noch irgendwo Kleber hin. Und dann ist das total easy peasy. Ihr legt dann einfach die Stanze so aufs Papier, dass es auf dieser dünnen Linie, die ihr schon aufgeklebt hattet, einschnackelt. Also richtig schön einrastet und drückt dann die fehlenden Teile einfach durch. Und dann habt ihr sie nämlich einfach drin und das ist super einfach. Ihr seht, ich drücke die jetzt noch einmal so ein bisschen fest. Da könnt ihr wahrscheinlich auch einfach drüber streichen, je nachdem wie groß oder wie zart und fein filigran die Teile sind. Ich will jetzt noch ein paar Sprenkel in den Hintergrund haben. Da habe ich leider die Kamera nicht mitlaufen lassen. Da habe ich diesen rosa und diesen orange Metallic Ton, sage ich jetzt mal, ein wenig zusammen gemischt. Und dann passte das haargenau für meinen Farbton von der Schrift. Weil die Karte ja sehr schlicht ist, dopple ich die Schrift noch auf, um genau zu sagen, mache ich sogar drei Lagen weißes Aquarellpapier und da mache ich dann nachher noch direkt diesen Metallic Ton in Matt drauf. Das lässt sich immer ganz super zusammenkleben, so was, wenn man sich irgendwo eine Ecke sucht, die man dann zusammenkniffen kann an den Buchstaben und der Rest legt sich dann irgendwie schon immer von alleine. So, jetzt wollte ich da doch noch ein paar, zwei, drei mehr drin haben und fülle auch die noch ein. Wie gesagt, das lässt sich dann je nach Gusto immer noch machen. Jetzt schneide ich mir an den Rändern die Überstände ab und den einen Überstand, den nehme ich sogar noch hier für die andere Seite. Fülle auch da nachher noch ein paar Lückenfüller, also ein paar Zwischenräume ein und voilà, da ist die fertige Karte. Wie gesagt, bei den Sprenkeln habe ich jetzt vergessen mitzufilmen, aber das ist ja nun kein Hexenwerk. Hier seht ihr das so ein bisschen. Ich habe den Farbton eben an meine Schrift angepasst und das sieht doch alles schon mal ganz prima aus. Und ich finde eigentlich, dass das Ganze jetzt so ein bisschen an Makramee erinnert. Wie gesagt, mir war die Stanze, die hätte ich mir bestimmt nie selber gekauft. Die fand ich irgendwie sehr streng, aber so hat das etwas Spielerisches und ja, also ich finde, das hat irgendwie so eine Makramee-Anmutung. Ich weiß auch nicht wieso. Dann schreibt ihr mir doch mal, ob ihr selber auch irgendwie so Randstanzen oder Ornamentstanzen habt, mit denen ihr das machen könnt und ja, wie euch die Karte so gefällt. Und habt ihr denn auch irgendeinen Bastel-Adventskalender oder wie ist das bei euch in der Familie so? So, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wenn ihr die Videos nicht verpassen möchtet, ich habe gesehen, ich habe extrem wenig Aufrufe zur Zeit. Das kann am neuen Thumbnail liegen, aber vielleicht interessiert ihr euch auch einfach nicht für diese Spellbinders-Geschichte. Das ist ja auch völlig okay, aber ich habe halt gerade Lust, damit zu basteln. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet und euch die bisher durchgerutscht sind, weil ich ja auch irgendwie mit meinen Thumbnails ein bisschen rumexperimentiere, dann abonniert mich doch und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Und ich danke sehr fürs Zusehen. Viel Spaß beim Basteln und schöne Adventszeit. Tschüss, bis demnächst.